ja hallo und herzlich willkommen zur siebten folge von unserer let's play reihe zu railroad tycoon deluxe hier bei tom to tom games in der letzten folge haben wir die strecke bis ganz in den norden ausgebaut ihr seht das hier in der übersichtskarte ja auch noch mal wirklich bis an die grenze wir haben also jetzt tatsächlich die nördliche und die südliche grenze abgeschlossen hier und ich hoffe dass wir es so schaffen den gegnern sozusagen das wasser abzugraben damit die sich nicht noch weiter ausbreiten können und uns jetzt der gesamte westen hier des kontinents gehört das ist das ziel gewesen bei dieser aktion und ich hoffe dass es geholfen hat ja zuletzt haben wir oben ich glaube das ist eigentlich ein ort in kanada ne wir haben saskatoon ange angebunden ich bin mir gar nicht sicher ob wir da haben wir glaube ich noch keinen zug oder haben wir den am ende noch gebaut doch den haben wir schon gebaut wir machen da auch nur ganz ganz schlichten passagierverkehr ja jetzt geht es darum dass wir jetzt mal hier was anbinden da hinten das sieht mir so aus als könnte man da mal so richtig da geht einiges im wahrsten sinne des wortes ist da eine menge kohle zu holen da könnten wir uns wahrscheinlich dumm und dämlich mit kohle lieferungen verdienen jetzt müssten wir hier irgendwo mal einen stahlwerk bauen wir brauchen also geld für da ist wahrscheinlich schon stahl ne papier das ist gut mal sehen was es kosten würde ein stahlwerk zu bauen build industry steel mill 600.000 ok also wir sollten jetzt mal das spiel ein bisschen weiter laufen lassen und dann in saskatoon gleich ein stahlwerk bauen um dann die kohle von dort drüben hier hin zu liefern ich baue auch schon mal den strecken abschnitt fange ich schon mal an dann sind wir das geld sowieso schon wieder los aber das sieht mir nach einer sehr guten chance aus jetzt wird es gleich noch mal teuer weil es wahrscheinlich ein nein kein tunnel interessant ja ordentlich gefälle drin natürlich in der strecke gleich sind wir da so okay ein da geht noch und jetzt bauen wir eine station hier 22 wagen kohle pro jahr das ist natürlich schon eine ganze menge ja jetzt sind wir allerdings auf 50.000 im minus und müssen erstmal wieder abwarten ähm gamespeed hatte ich jetzt auf fast aber wenn wir rauszoomen reicht auch die mittlere geschwindigkeit so noch ein zwei züge müssten ankommen damit wir unseren eieieiei jetzt sind wir im minus hier ausgerechnet am ende der finanz periode aber so ein beinbruch ist das jetzt ja auch nicht okay wir haben jetzt 1000 meilen strecke inzwischen und die blauen haben uns was den wert der aktien angeht auch inzwischen überholt das müssen wir natürlich jetzt bald ändern okay aber trotzdem hat unser aktienwert doch ordentlich zugelegt obwohl wir hier minus rausgegangen sind ähm 74 auf 82 dollar und wir sind aufgestiegen vom steamboat captain zum banker ja ist eigentlich kein gutes zeichen wenn man uns während wir eine eisenbahn führen äh dann einen job bei einer bank anbietet äh wahrscheinlich haben wir den job nicht gut gemacht heißt das so einen neuen zug brauchen wir einmal den ten wheeler von saskatoon da hatte ich ja weil es ja das ende der bisherigen strecke war und auch so weit weg von allem hatte ich ja erstmal alle wichtigen gebäude für die wartung und den kauf von lokomotiven gekauft deshalb können wir direkt von da oben starten und ähm ja jetzt werde ich da ganz schlicht und ergreifend nix dranhängen in saskatoon nur ein äh nur ein bremswagon und dann also in saskatoon caboose only und in calgary dann aha calgary winterspiele ähm da brauchen wir kohle und zwar nicht zu knapp wahrscheinlich ja kohle mal sehen ich würde mal mit vier oder fünf vergons anfangen es ist ja schon nicht so eine mega lange strecke es gibt auch keinen anderen verkehr bisher deshalb hoffe ich dass wir damit das äh komplett abdecken können eventuell brauchen wir sonst einen zweiten zug ähm kann ich schwer einschätzen jetzt gerade so und jetzt brauchen wir noch das geld die 600.000 für die ähm für den ausbau der industrie in saskatoon damit auch dort etwas passiert mit dem mit der vielen kohle die wir jetzt holen werden da fährt die lokomotive gerade dieser wunderschöne schwarze punkt ist ja nicht die schönste ansicht hier muss man natürlich zugeben 400.000 haben wir schon ja da sind wir in calgary angekommen und direkt voll beladen geht es zurück so sieht das aus so einmal gucken hier äh linkel mit haze anverbunden ja komplett voll ja hm 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 jetzt dauert es mal wieder alles ein bisschen gleich haben wir die 600.000 da sind wir bei 600.000 und wahrscheinlich bis ich reingezogen habe schon wieder drunter also lieber warten bis wir ein bisschen mehr haben noch so der zug müsste ja bald mal hier in äh unser blickfeld kommen ok jetzt sind wir bei 800.000 da können wir auch mal eben können wir eben mal bauen das ist ja auch gut brauchen wir auch hier hin würde ich gerne eine steel mill bauen zack ja ist nicht da wo ich es bauen wollte aber ok machen wir ja jetzt haben wir hier äh eine steel mill gebaut da ähm das heißt ja wir müssen jetzt gleich dann hier oben äh einen zug nach irgendwo schicken äh um den stahl dann auch zu transportieren vielleicht bauen wir einfach die strecke nach calgary weiter mit einem kleinen abzweig und transportieren dann also den stahl von hier nach calgary das ist wahrscheinlich eine gute möglichkeit dass äh wir den stahl relativ kurz äh los werden denn äh hier runter nach äh den was city ist natürlich ziemlich weit so da ist fort smith jetzt kohle angekommen ja hier unser zug der ist ach da kommt er ja da sieht man schon voll beladen ist die lokomotive schon eine ganze ecke langsamer und jetzt müssen wir mal ähm währenddessen hier drüben gucken wie viele wagons haben sich schon wieder angesammelt 3 ok das geht noch und ähm aber jetzt wüsst ihr natürlich gern wie viel geld kommt dabei rum 100.000 ungefähr vielleicht sogar was mehr 130.000 vielleicht wenn der zug ankommt interessant ist dass wir jetzt von der industrie als solches ähm ja gar nicht zu haben scheinen das ist in späteren versionen natürlich anders da verdient man dann auch ähm mit dieser industrie dann nochmal geld das scheint hier jetzt ja nicht so zu sein jetzt haben wir aber dafür hier fünf wagons ähm stahl und ähm den müsste man natürlich ähm mitnehmen ich glaub also jetzt baue ich erstmal die strecke ähm weiter nach nach calgary also ich möchte gerne nach calgary bauen tatsächlich bin ich aber nicht in der lage dazu aber jetzt mhm ähm dafür umfahre ich mal ganz galant äh dieses dieses kleine gebirge die freiheit nehmen wir uns mal zack ähm ja so ganz geht dann doch nicht tunnel machen wir und das ist schon ordentlich groß da oben calgary das ist auch gut ähm ja wunderbar das ist sogar richtig gut was war das für ein komischer bildfehler den wir da hatten hui das haben wir noch nie erlebt ja da haben wir was ist jetzt los hei da scheint aber irgendwas im argen zu sein gerade ähm das ist nicht der richtige platz das ist der richtige platz da haben wir nämlich die maximale ausbeute und 30 waggons passagiere ja da sind wir beschäftigt da müssen wir glaube ich gleich direkt eine doppelstrecke draus machen hier so viele züge wie wir da äh brauchen werden jetzt ist eben die frage hm wie wir es machen also erstmal brauchen wir einen entzug für die passagiere und die ganze post da brauchen wir nicht drüber nachdenken vielleicht sogar direkt zwei und dann können wir weiter sehen und ähm ja der stahl muss natürlich auch transportiert werden hm schwierig vielleicht fangen wir auch mit dem stahl an ähm Saskatyp ist ja nicht so groß dann machen wir einfach einen zug der in die eine richtung ähm den stahl mitnimmt und in die andere richtung dann umstellt auf so einen passagierzug das ist ja vielleicht die beste lösung wir hängen mal 5 waggons oh ne präf brauchen wir nicht ähm wir hängen mal 5 waggons stahl an und dann in in calvary wie heißt der denn jetzt wohl transfer ja jetzt heißt also der hauptbahnhof transfer naja gut weil wir äh calgary schon vergeben hatten für unsere kohle tja unser kohleabbaugebiet das ruhrgebiet amerikas erscheint das zu sein so wie die kohleminen da angeordnet sind so nah beieinander so viele ähm joa also so und hier machen wir das standard programm zweimal post dreimal passagiere zack mehr ist glaube ich auch mit den lokomotiven im moment einfach noch nicht sinnvoll später kann man das mal machen äh jetzt bringt das nix und jetzt bauen wir direkt noch einen äh hinterher der dann nur passagiere und post ähm mitnimmt und dann sollte man hier oben eigentlich eine ganz lukrative geschichte laufen haben ja und das geld das holen wir natürlich jetzt wieder raus wenn wir die möglichkeit haben die kohle in diesem maße so schnell zu verarbeiten mit dem stahlwerk vor ort dann sind wir natürlich ähm auch gut dabei denn wir verdienen einmal an der kohle und dann verdienen wir hinterher nochmal wieder an dem stahl wenn man also solche lieferketten dann hat ist das ähm ist das natürlich eine gute sache so ja jetzt fahren wir hier nach calgary transfer und da sollen wir dranhängen auch hier das übliche mail mail passengers passengers und passengers und los super das sieht erstmal ganz gut aus zoomen wir mal ein bisschen raus jetzt gucken wir mal hier haben wir jetzt fünf wagons vielleicht könnte auch gar nicht mehr waren das weiß ich nicht genau ganz kurz vorher nochmal gucken sechs wagons ok fünf nehmen wir mit und dann geht's zurück ja noch nicht so mhm mhm ok ja wir sind immer noch äh hinter den blauen jetzt aber ähm das werden wir sicherlich bald ändern das sieht ganz gut aus ja 2,3 äh Millionen haben wir jetzt eingenommen also es steigt auf unser äh unser Ertrag das ist super überhaupt ganz viele neue Rekorde Und bald werden unsere Aktien wieder gesplittet, wenn wir die 100 wieder überschreiten. Haben im Moment ein Wachstum von 16%. Das ist natürlich schon mal super. So, jetzt langsam kommt das Geld auch rein. Und jetzt würde ich sagen, investieren wir das. Ist eigentlich wieder doof, ne? Was haben wir denn? Ne, wir müssen noch ein bisschen sparen. Wenn wir die Million haben, dann kaufen wir noch einmal Aktien. Denn wir kaufen dann jetzt 10.000 und haben dann hinterher 20.000 zum höheren Wert wieder. Okay, hier sind schon wieder zwei Kohlewaggons. Ja, und jetzt haben wir hier nämlich schon diese Wartezeiten mit dem Gegenverkehr. Vielleicht bauen wir diesen Teil der Strecke. Schauen wir mal zweigleisig aus. Das ist ein bisschen teuer, aber da haben wir jetzt wahrscheinlich viel Begegnungsverkehr. Deshalb ist das vielleicht auch nicht schlecht, wenn wir das machen. Ah, ich meine, das hätte doch vorher noch nie funktioniert. Das Doppelgleisige mit den Weichen. Warum hat das denn vorher nicht funktioniert und jetzt klappt das auch immer? Sehr interessant. Okay, ja, das obere Stück Strecke müssen wir nicht doppelgleisig bauen. Hier haben wir doppelgleisig jetzt. Das ist natürlich gut. Hier fahren jetzt auch vier Waggons Stahl gerade mit. Auch das ist sehr gut. Ähm, ja, jetzt haben wir hier die Weiche nicht doppelgleisig. So. Illegal Track Configuration. Ja, das ist immer blöd, weil der ja mit jedem Mal, wenn ich mit der Tastatur das bewegen will jetzt, ähm, ja, meint er, ich wolle bauen. Also das ist so ein bisschen... Ich habe mich ja da, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge schon mal zugeäußert. Es könnte besser sein, was die, äh, Verlege... Was das Verlegen von Gleisen angeht, das könnte ein bisschen besser sein. Da hat sich eben, äh, in der modernen Software einiges getan. Jetzt ist die Frage, wenn ich hier den, äh, wenn ich den Tunnel hier abreiße, kann ich den dann anschließend doppelgleisig neu bauen? Denn, äh, der ist doch jetzt eingleisig. Das ist doch jetzt eigentlich so eine Art Nadelöhr hier. Ich hätte das hier lieber, äh, doppelgleisig. Mal sehen, ob das klappt. Äh, in die Richtung hat es geklappt. Jetzt muss ich mich aber beeilen. Ähm, weil der Zug sonst umdrehen... Äh, der Zug muss umdrehen sonst. Ähm, Build Track. Ja, ich weiß. Existing Track. Ah, da ist es wieder das Problem. Cool. Tunnel can't cross existing track. Jetzt haben wir aber ein Problem. Jetzt dreht er wahrscheinlich um. Kann ich den da auch abreißen? Okay, also jetzt habe ich, äh, im falschen Moment, würde ich sagen, habe ich das gemacht. Okay, da haben wir die Schiene weg. Und hier mache ich die Schiene auch weg. Und jetzt gehe ich nochmal auf Build Track. Jetzt ist ja wirklich nichts mehr da. Und im Notfall müssen wir sonst mal daneben her bauen. Tunnel bauen geht nicht. Track bauen ist einbleisig. Das ist ja nichts in der Sache. Hm. Ja, das könnte besser sein. Aber gut, jetzt können wir nichts mehr dran ändern. Das habe ich irgendwie, äh, habe ich versaut. Aber der Zug musste zumindest nicht umdrehen. Das ist schon mal okay. Und dann müssen wir jetzt mal sehen, wie das läuft. Jetzt haben wir da natürlich eine ordentliche Steigung drin. Und das wird die Züge auch ein bisschen ausbremsen. Da war natürlich vorher die Situation mit dem Tunnel deutlich besser. Aber kann man eben nichts mehr ändern jetzt. So. Das ist ganz besonders blöd. Ich sehe hier oben schon, jetzt fährt erst der Kohlezug los. Und das heißt, der hing jetzt da die ganze Zeit rum. Und, äh, deshalb warten hier jetzt schon wieder vier Waggons, bevor der überhaupt losgedüst ist. Ah. Das ärgert mich schon richtig. Das könnte wirklich besser sein. Vielleicht müssen wir da sonst noch eine separate, ähm, Strecke bauen. So, der erste Zug ist in Calgary Transfer angekommen. Also eigentlich am Hauptbahnhof, muss man ja ehrlich gesagt sagen. Und dreht wieder um. Voll beladen. Ja, komplett voll beladen. Das ist sehr erfreulich. Und Stahl. Die erste Stahllieferung nach Calgary Transfer kommt auch. Auch das ist sehr gut. So, jetzt haben wir immer noch nicht genug Geld. Ich wollte ja noch Aktien kaufen. Aber ich denke, bis Ende des Jahres sollte das noch was werden. Wir kriegen jetzt die Kohlelieferung. Und die Stahllieferung. Das sollte, äh, einen ganzen, ganz ordentlichen Schub nochmal bringen. Da war die Kohle 120.000. Jetzt fällt er wieder zurück. Natürlich relativ spät. Sechs Waggons waren da jetzt schon. Mal sehen, wie viel es sind, wenn er ankommt. Ja. Oh, und jetzt haben wir hier, ah, jetzt haben wir da Güter. Ach, warte, hier werden wir den Stahl hingeliefert haben. Ei, 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 ei. Hm. Ja, dann wäre es natürlich eigentlich sinnvoller. Wir würden den Zug mit dem Stahl hinterher auf Gürz umstellen. Also auf Güter. Aber, aber, hm, oh, da hinten ist nochmal so ein Kohleding. Da noch so ein Riesenkohle, also eine Riesenkohleansammlung und Holz. Ähm, puh. Ja, das sollten wir auf jeden Fall auch noch anbinden. Möchte ich gleich mal gucken. Oh. Ja, bevor jetzt das Jahr zu Ende ist, schnell noch eben die Aktien kaufen. Erstmal, äh, unsere hier. Zehntausend, zeichnen wir. Wie viel haben wir noch? Fünfhunderttausend haben wir noch. Und, äh, können wir uns da noch irgendwo Aktien für leisten? Ähm, hm, hm, hm. Ich möchte ja eigentlich... Ah, das ist der Schwächste. An dem kommt man natürlich von Jay Cooks Lake Charleston, Baton Rouge. Da können wir gut was von kaufen. Ach, ich darf nicht überall. Ah, ja, okay. Ich darf nur in eine andere investieren. Na gut. Na, dann machen wir das so. Ja. Jetzt ist erstmal die, äh, Fiscal Parry zu Ende. Gucken wir mal. Das sieht alles ziemlich gut aus. Mit Passagieren haben wir jetzt diesmal eine Million Dollar verdient in diesem Jahr. Das ist ganz erfreulich. Train Maintenance muss man ein bisschen im Auge behalten. So, jetzt haben wir die Operating Funds. Das ist auch alles gut. Sechhunderttausend haben wir ausgegeben für Industries. So, und jetzt haben wir nämlich den Blauen wieder beholt. Wunderbar. Auch das ist sehr gut. Das sieht auch gut aus. Revenue Efficiency ist etwas gesunken, glaube ich. Da waren wir, glaube ich, bei sieben Dollar im letzten Mal. Aber, naja. So, Train 17. Okay. Ja, das ist erstmal gut. Und das ist der Aktiensplit von, okay, 2 zu 1. Das heißt, wir haben jetzt mehr. Aber das heißt, auch 420.000 Aktien sind, ähm, nicht, ähm, bei uns, von uns gezeichnet. Die sind irgendwo außerhalb. Das heißt, das ist natürlich auch Masse, die jemand, äh, übernehmen könnte. So. Jetzt möchte ich, bevor die Folge zu Ende ist, ähm, hier die Strecke mal noch so ausbauen, dass ich da hinten diesen ganzen Kohlekram mit anbinde. Und ich möchte aber diese Strecke nicht weiter belasten. Und deshalb werde ich das von, äh, hier weiter unten machen. Dann, das Nadelöhr wird trotzdem hier oben bei Saskatoon sein. Da, ähm, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Aber ich baue jetzt einfach hier nochmal eine Parallelstrecke. Und, äh, schau mal, dass ich hier auch noch, ähm, mehr anbinden kann. Jetzt habe ich aber wieder keine Ahnung mehr, wo das ist. So, da sind erstmal drei. Dann machen wir nämlich da oben so eine richtige Stahlhochburg machen wir da jetzt daraus. Also, einmal nach hier. Runter, runter, runter. Das machen wir, uh, fünf Prozent. Uh. Fünf Prozent. Das ist, äh, quasi für eine Lokomotive schon fast eine Steilwand, muss man hier ehrlich gesagt sagen. So, was können wir da bauen? Was ist das günstigste? Das Depot, dann muss ich, ne, reicht nicht. Ah, das ist ärgerlich. Das kostet 100.000, die Station. Hm. Na ja, gut. Machen wir einfach so. Einmal. Dann gucken wir weiter. Wo, äh, wo noch? Da müssen wir auch noch hin. Das machen wir aber, indem wir vor dem Gebirge mal nochmal abbiegen. Ähm. Da. Klick, klick. Nichts passiert. Okay. Hier müssen wir sowieso einmal durchs, äh, durch den Sumpf einmal einen Tunnel. Uh, das wird teuer. Eieiei, teuer. Ah, jetzt sind wir wieder gebremst durch den, dann sehr langer Tunnel, muss man sagen. Ähm. So. Ja, da bauen wir mal so. Und dann bauen wir hier runter. Track. Track. Und da haben wir wieder, jetzt haben wir eigentlich nicht genug Geld. Die Station bauen wir. Auch 10, ähm, auch 10 Waggons im Jahr. Jetzt müssen wir erstmal wieder abwarten. Jetzt müsste gleich mal wieder ein bisschen Geld reinkommen. Ich zoome mal raus, damit das was schneller geht. Äh, da können wir dann jeweils, ähm, etwas kürzere Züge vielleicht, ähm, bauen gleich. Und jetzt muss ich aber da noch irgendwie Richtung Westen. Da war ja nochmal, da müssen wir hin noch. Okay. Und dann, ähm, naja, das mache ich vielleicht anders. Kann ich da vorher schon abbiegen, sozusagen abbiegen. Hier müsste ich noch einen zweiten Tunnel bauen. Das ist natürlich auch super teuer. Ah, da bin ich unentschlossen. Denn die 240.000 für den Tunnel, die haben ja jetzt schon reingehauen. Weiß ich nicht, ob ich das jetzt direkt nochmal will. Was ist jetzt hier oben los? Wie sieht's da aus? Sechs Waggons warten. Ja. Was gibt's da jetzt noch? Auch Kohle. Hm. Gut. Ja, jetzt, ähm, 600.000. Das reicht. Ähm. Uh, hab ich auf irgendwas auf der Farm geklickt aus Versehen? Äh, wir, wir machen es einfach mit dem Umweg. Wir, äh, ich baue nicht noch einen Tunnel. Das ist mir zu teuer. Ich, äh, gehe mal hier hoch wieder. So, wieder Richtung Norden. Und jetzt mitten da rein in das, äh, Gebiet. Ist mir ehrlich gesagt mit dem Tunnel jetzt zu gefährlich, weil es sein kann, dass er mich durch das gesamte Gebirge dann schiebt. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Und jetzt müssen wir mal gucken, reicht das schon? Ja. So. Und das ist nochmal auch ein riesen Ding hier oben. Und jetzt müssen wir im Prinzip vor allen Dingen Lokomotiven, äh, kaufen. Und in Dienst stellen. Also, zack. In Saskatoon, natürlich. Da brauchen wir jetzt mehrere. Das wird jetzt wieder dauern. Weil wir jedes Mal diese Animation hier erst sehen. Die ja, am Anfang ganz nett ist, aber hinterher doch ein bisschen nervt. Aber gut. So, direkt mal weiter. Äh, und damit das auch direkt losgeht, äh, nehmen wir erstmal die weitesten, ähm, weitesten entfernten. Und, ähm, hier kommt Caboose Only dran. Nur Bremswaggon. Und hier machen wir dann Kohle dran. Kohle. 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 Holz. Ah, müssen wir eigentlich auch noch machen. Holz. Und, ähm, wenn ich jetzt noch einen dran hänge, dann ist es wahrscheinlich ganz schlimm und der kommt nicht mehr voran. Und so ist es eigentlich nicht gut, weil wir eigentlich damit noch nicht die gesamte Kohle kriegen werden, weil auf dieser Strecke natürlich auch die Hölle los ist. Denn die anderen beiden, ähm, Bahne, wir müssen jetzt ja auch noch anbinden mit Kohle. Das wird also jetzt schon, äh, eine ganz volle Geschichte hier auf der Strecke. Auch die müssen wir wahrscheinlich in Teilen, äh, dann noch zur Doppelglasigkeit ausbauen, damit, äh, wir da mit den Zügen entsprechend Gewinn machen können. Sonst, äh, warten die sich quasi die Räder in den, äh, in den Kessel, wenn man das jetzt mal so sagen darf. So, in Great Falls, Kohle, 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 vielleicht, nee, nicht da, da wollen wir keine Kohle. In Saskatoon bringen wir die doch hin. Und, äh, Kohle. Und dann wieder Caboose Only. In Saskatoon. Zack. Okay, und ein Zug brauchen wir noch, dann haben wir sie. Das heißt, getun. Mhm. Ja, für die nächste Folge können wir uns schon mal, äh, auf die Liste schreiben, auf den To-Do-Zettel, dass wir uns um die Lokomotiven kümmern müssen. Dass wir mal schauen, ob die alle auf dem neuesten Stand sind, ob wir da nochmal welche austauschen müssen, weil vielleicht die Wartungskosten zu sehr, ähm, gestiegen sind. Damit wir auch weiterhin, äh, günstig fahren. Denn die Lokomotivenpreise sind ja nicht so sonderlich hoch hier, muss man sagen. Äh, wenn die Wartungskosten dann hinterher fünfstellig sind, jetzt seht ihr ja, neue Lokomotive, 2.000 Dollar Wartungskosten. Wenn die aber hinterher, äh, höher steigen und dann fünfstellig sind, dann lohnt es sich natürlich sehr schnell, ähm, da auf, äh, auf ein neueres Modell. Oder selbst auf dasselbe Modell in, in moderner, in neuer, in neu umzusteigen. So, nochmal Kohle. Und dann werden wir jetzt gleich wahrscheinlich ein Problem haben, weil wir gar nicht genügend Stahl abtransportieren können. Vielleicht auch da dann nochmal die Frage, wohin können wir über Stahl liefern? Und was machen wir oben mit den Gütern? Das ist ja auch immer noch, äh, ein ungeklärtes Problem. Aber auch eher was für die nächste Folge. So. Ja, jetzt gucken wir uns das hier mal an. Da wird jetzt wahrscheinlich ein Riesenstau entstehen. Jetzt fahren die da alle, äh, alle auf dieser neuen Route. Da kommt der Erste. Da kommt der Zweite. Und ist der Dritte schon länger unterwegs? Da kommt da der Dritte. Da kommt der Dritte. Der ist ein bisschen nach, so als Nachzügler. So, welcher ist es denn? Ah ja, in der Reihenfolge, die wir sie gekauft haben. Wunderbar. Und hier, ja, in Great Falls sind wir angekommen. Erstmal nur zwei Waggons, äh, die da lagernd waren. Hier in, ähm, Great Falls Central sind es schon drei jetzt. Wenn er ankommt, vielleicht sogar schon der vierte. Mal sehen. So, dass sich das also auf jeden Fall lohnt. So, jetzt fährt er aber nicht sofort los. Da bin ich schon sehr gespannt. Hier oben haben wir drei Waggons. Die warten. Und das, nachdem wir da gerade einen vollen Zug abgeholt haben. Das heißt, hier hänge ich mal noch einen Kohlewagon an und hoffe, dass wir bald eine stärkere Lokomotive zur Verfügung haben. Ja, ich muss sagen, wir müssen schon wieder pausieren. Denn wir sind, äh, am Ende unserer, äh, Zeit für diese Folge schon lange angekommen. Ist wieder eine sehr lange Folge geworden. Aber wir haben ja auch was geschafft. Wir haben jetzt wirklich hier so ein riesiges Kohleabbaugebiet mit Saskatoon, ähm, verbunden. Und haben deshalb hier hoffentlich bald eine, äh, blühende Stahl, äh, Stahlindustrie. Und, ähm, deshalb auch Einnahmen ohne Ende. Ja. Und wir müssten uns mal darum kümmern, dass wir unserer Konkurrenz vielleicht ein paar Aktien abkaufen. Damit wir vielleicht früher oder später auch in die Lage versetzt werden, die einfach zu steuern. Das ist nämlich eigentlich auch eines der Ziele dieses Spiels. Ich habe es in Folge 1 mal erwähnt. Ähm, es hat sozusagen mehrere Ebenen hier. Und eine davon ist, dass ich eben auch ein Unternehmen, äh, durch die Aktienmehrheit, ähm, steuern kann dann hinterher. Haben wir uns möglicherweise für das falsche Unternehmen entschieden. Kann sein, dass wir dann nochmal verkaufen müssen. Und, ähm, damit es ein bisschen flotter geht, dann vielleicht erst, äh, Unternehmen nehmen, was, äh, im Moment doch deutlich zurückliegt. Hier diese Baton Rouge Railroad Company. Ja, ansonsten bedanke ich mich, dass ihr dabei wart in dieser Folge zu Sid Meyers Railroad Tycoon Deluxe. Hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder dabei. Ähm, solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben. Ähm, wacht's doch ruhig. Und, äh, ja, sonst bleibt gesund und bis bald. Tschüss.